Hallo Willi. Hallo. Ich habe eine neue Red Park Mörsel. Okay. Jetzt mit Leather. Ja. Für spezielle Zeiten. Spezielle, ja. Nice. Ja, du musst es versuchen. Ja. Okay. Okay, gut. Aber ich glaube schon. HAPPEN DERNAUO. Wie ziehen Sie meinen Kopf zum Job? Ja, du musst nicht auf den Kopf halten. Du kannst uns auch die Strafen fragen. Ja, du kannst nicht nach einem Kopf halten. Dann wirst du dich auf den Kopf sehen. Du kannst es auch stoppen, oder ist es ein Problem, um die Pipe zu stoppen? Ja. Du kannst es stoppen, oder ist es ein Problem? Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Okay? Ja. Wir können die Pressure ändern. Das ist ziemlich komfortabel. Für mehr oder weniger... Also, wenn du eine Hard-Reads willst, kannst du es öffnen. Ja. Oder du kannst hier die Ventil öffnen. Jetzt ist es komplett kaputt. Ja. Und jetzt kannst du es öffnen. Du kannst es öffnen. Du kannst es öffnen. Ja. Ja. Ich versuche das mit der Hand. Es ist gut zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Ja. Die Luftwaffe zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Ja. Die Luftwaffe zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Ja. Die Luftwaffe zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Ja. Die Luftwaffe zu trainieren. Die Luftwaffe zu trainieren. Ja. Ja. Und dann, ich kann erinnern, dass es fast unmöglich ist. Es war ein sehr einfaches Reid, aber wenn man es nicht vorher gemacht hat... Es ist ein Plastik-Reid. Nein, es war ein normales Reid, aber es war einfach. Aber weil ich nicht vorher gemacht habe, es war so schwierig. Es war sehr schwer. So mit dem, du kannst es ein wenig Zeit machen. Und dann kannst du es mit dem, du kannst es in einem properen Reid. So es wäre gut für lernen. Die Coordination ist, dass du dein Elbow in den Blumen und zu spielen. Es ist ein vieles zu denken über, wenn du starten. Und, um, du kannst drei Dinge machen. Manchmal, wenn du nur die Praktis-Chanter spielst, musst du nur zwei Dinge machen. Ja. So, das würde helfen. Ja. Und du kannst die Dronen wegnehmen? Du kannst sie wegnehmen. Ja. 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 Ja, das war das, was die Dronen wegnehmen. Ja. Ja. Der nächste Schritt war die Drones in, die Drones waren corked up, und dann die nächste Phase war die Drones corked up, um die Gefühl zu haben, die Bagpipe auf die Schulter. Und dann eine Drones wurde eröffnet und dann hatte ich zwei Reads zu machen. Und es war einfach so. Das ist die erste Mal, es war so vieles, weil es so vieles ausgerissen wurde, also mit der Mitte. Das war das nächste Phase, und dann die nächste Phase war es zu haben, und so weiter. Und dann, dann, du einfach nur lernen, wie es das zu kontrollieren ist. Es war eine wirkliche Herausforderung, um die Zeit zu sehen. Looking back, I don't understand why that was the case, but it just is. Because you have too many things. When I was blowing and keeping the pressure going, I couldn't think of what to do with my fingers. And then when I was thinking of my fingers, I stopped blowing. So it was just the whole management. That's the problem, beginners, to manage both things. Yeah, that's the thing, you know. It's very similar to the situation if you ever play small pipes with bellows. And it's a new skill. And you start with the bellows, and when I do the bellows and get the chanter going, I can't think of what to play. And then I don't know what to do with my mouth. Because you're so used to blowing. So it's all of these things you have to think about at the same time. So that was it. It's a completely another thing to press the air in the back. It's another thing for your brain to process. Yeah, it's three things. There, there, and the fingers. And the fingers, yeah. And thinking, which is the next note. So it's all, it's just the same. So with this, it takes all of that out of the equation. All you need to do is squeeze and play. And blow sometimes. Yeah, yeah, yeah.